Ach Docks, du bist jetzt auch auf die andere Seite gegangen? Dann geh ich wieder rüber, wenn du da bist. Loi. Ruhe jetzt, Bosskampf geht los. No, Poltap bitte bei Null aus. Glaub es. Vorne bei den Tanks zwei Stück. Die hinten durchlassen. Besser, komm. Hier vorne bei den Tanks zwei. Ich geh vorne ran. ... ... ... Halt auf die Leute, die mich besuchen. Hey, jetzt wir gehen wieder auf die Seite, wo wir ihn fahren. Okay. Schaut euch schon auf, sag ich nicht im Haltkreis, außer Leute, die abfangen, die mit D-Buff nach vorne. Auf Haze dann bitte auch mal eine Hand oder eine Wachsamkeit, eins und zwei. Ich hätte immer noch gerne die Hand vom Boa. Ahhhh. Phase endet. Okay, so. Geht vernünftig. Vorne beim Tank einer. Ich nehme den Vordergrund. Machst du den? Ich muss den ganz, den rechten lassen. Lass doch den rechten durch, ja. Zieh den Boss ein bisschen weg, dann. Zurück. Monk. Zieh den Boss ein bisschen weg, dann kann ich nicht mehr. Okay. Pass auf, dass der Tank hier immer rauskommt, ne? Tank kommt jetzt. Das ist den hinten links durch. Lass zogen. Hey, es muss auch hier hochkommen, ne? Kampffrasch. Nee, du gehst gar nicht mehr runter. Kampffrasch. Ihr könnt ja vorne jemandem abfangen helfen, beim Hintergrund von Vorderstenfiller. Vielleicht eine noch dazu stellen. Jo, ich kann nicht. Ich hab die Ball. Halt euch vernünftig auf. Ich muss mal einer den suchen. Vorderstenfiller muss man abfangen, weil ich kann nicht... Ich kann auch nicht irgendwer abfangen gehen vorne. Lass, zog die Vorderen alle. Sieht man's hier. Ohne beim Tank noch ein Pöller. Gib mal den Heil auf. Jo, Zutu. Wie du sagst, hast du noch ne Borke für Atora? Ja, ja, ist drauf. Ja, zieht alle CDs der Vorderstenfiller. Ja, spielt das immer noch sauber runter jetzt. Jo. Geht fest. Schön gemacht. Hein?